Ich bin auch wieder bei Pan 40. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserradfahrt, ein gutes Zeichen. So, nein, geh hier rein. Aktivier das. Sei ein braber Nate. So, mal gucken, ob gleich wieder ein lustiger Glitch kommt. Ich hab das ja, ich hab ja das als Highlight hochgeladen, den einen Glitch. Das sah lustig aus. Wie gesagt, zwei Runs, also mit dem hier sind es zwei Runs, die mir auf jeden Fall noch komplett fehlen. Nämlich, wie gesagt, das unter sechs Stunden, wo wir gerade dran sitzen. Und noch das mit 70% Trefferquote. Wir spielen auch nur auf leicht, wir könnten auch auf Forscher spielen, aber ich denke, leicht sollte ausreichen. Ich will ja auch noch ein bisschen meine Herausforderung haben. Jetzt vernoten wir uns wirklich auf Forscher, wegen den sechs Stunden. Drei von drei. Ich kann's nicht überspringen. Man soll natürlich dann auch, äh, bei einem sechs Stunden Run alles, was geht, überspringen an Sequenzen und sowas. So, vielleicht weil das auch alles mit auf die Zeit drauf geht. Genauso wie diese Sche... Ja. Nein, wir machen kein optionales Gespräch, wir wollen so schnell wie möglich weiter. Nein, wir wollen nicht reden. Komm. Komm oben an. Na komm. Ich hoffe, das wird jetzt nicht der endlose Fahrstuhl, weil wir nicht mit ihr reden. Nein, nein, es sieht aus als, ja, wir kommen oben an. Ähm, können wir raus? Hier. Ach, los, hilf mir mal. Klar. Okay. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht nicht auszuschließen. Worum es auch geht, Mark. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Kann er nicht überspringen? Nein. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Es ist nur, ich kann es nicht überspringen. Ein großer Shootout kommt noch so, Fly. Er war auf extrem hart, war der wirklich extrem hart, hat mich Nerven gekostet. Was hat bespätzt? Komm. Gib Galle. So, gucken, ob dieser Glitch kommt, ob er wieder hinter den Sitz springt beim ersten Hubbel. Nein. Nein, er bleibt normal sitzen. Okay. Gehen wir mal eine Abkürzung zu nehmen? Vielleicht bringt es was. Ein paar Sekunden. Oh shit, da ist ein Stein. Ah, zu spät gesehen. Da hätten wir eine Abkürzung fahren können. Ich sag ja, der Run lässt auf jeden Fall noch Raum für Verbesserungen. Okay. Helena? Weck? Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Na, hinter Luft. Ein paar Schorleinfahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir freund sehen. Ist euch weit so weit gut? Es gab ein paar Brücken. Aber so weit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja. Wir nehmen mal gerne ab dem Lauf. Ist das okay? Wir versuchen. Okay. Wir versuchen. denailsüberg, die Brücke rüber. Ah, die einschlürzende Brücke. Best halten! Ja, die einstürzende Brücke. Best halten! Ah, das ist nicht! Wie kann zum Wasser fallen! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Macht schon bereit! Nate? Best halten! Nate! Da, wir können die Felsen rauszulärtern. Okay. Uh! Aus! Aus! Vielleicht auch nicht. Ja, komm. Ja, komm. Schöner Sprung. Kann man auch nicht überspringen. Oh, wie schaut's bei euch aus mit dem Wochenende? Alle euren Spaß gehabt. Soweit. Soulfly, Ringer, Joe, Alulu, Mark. Ich hätte nicht wieder was zum Überspringen. Jetzt machen wir schon ein Kapitel weiter wieder. Wäre schön. Weniger Kapitel, mehr Zeit sparen. Zumindest sind wir auf der richtigen Plusseite. Naja, so gut wie Soulfly... Ah, shit. Verdammt, ich komme nicht. Das sind alles solche Sachen, wo man Zeit sparen könnte, wenn's nur ein paar Sekunden sind. Und man weiß, wie die Rätsel natürlich stehen müssen. Wenn man das nicht nachgucken müsste, die ist ja eine Rätsel, das ist auf jeden Fall zeitaufwendig. Wenn man locker ein paar Minuten einsparen können. Voll geil, Ringe. Oh, erotisch. Scheiße, hier war... Nix, wir müssen hier rüber. Genau, hier hin. Wie, du hattest gestern Geburtstag, Max? Alles Gute, nur nachträglich. Es ist machbar auf jeden Fall. Wenn du dich nicht wirklich umguckst, nicht irgendwie alles liest, die Sequenzen überspringst und sowas, ist es eigentlich machbar, denke ich. Und wenn du weißt, wo du lang musst. Wenn du weißt, wo du lang musst, ist das natürlich dann auch immer wieder ein Vorteil. Ich hab ja auch noch von jemand anderem den Geburtstag vergessen. Voll peinlich. Ich und Geburtstag, das ist ein Albtraum. Unser guter Junkie-Boy hat den Geburtstag und ist bereits am Dienstag. Äh, ich neige echt dazu, immer so einen Scheiß zu vergessen und so, so, ah, ja. Ich bin schrecklich, wenn es um Geburtstag und Datum es geht. Im Wunder, dass ich mir meinen eigenen merken kann. Oh, Kapitel 18. Das heißt, noch vier Kapitel. Vier Kapitel und wir sind bei... Wir haben... Anderthalb Stunden vielleicht noch. Komm, komm, lass mich. Wir haben noch knappe anderthalb Stunden für vier Kapitel. Das ist das... Mir bereitet so etwas Sorgen. Vor allem, weil ich auch noch weiß, was mitunter kommt. Was zur Hölle? Du solltest springen. Danke. Ey, ich sag euch, Leute, das wird ein verdammt scheißknappes Ding. Ey, ich seh's kommen. Okay, alles deutsch, mussten wir hier oben rein. Das ist okay. Äh, halt dich hier rüber. Hier rüber. Hoch. Äh, nein. Vielleicht nein. Ja, jetzt. Und hier rüber. Doom müssen wir mal schauen. Wollt ihr jetzt erst mal noch schnell anschaltet, so ein bisschen abhaken? Uh, dem konnte jemand nicht ausstehen. Vielleicht mal aber, wenn wir hier den 6-Stunden-Run heute beenden und schaffen, können wir vielleicht dann auch... Können wir vielleicht dann auch noch mit, äh... Intelligant schon mal wieder ein bisschen machen. Und dann geh hoch. Und dann kannst du natürlich auch für den 6-Stunden-Run und sowas, kannst du ja auch, äh... Sollen wir diese Bonis nutzen, dass du unendliche Munition und so Geschichten hast. Weil ich kein Freund davon bin. Wenn du willst ja schon wirklich durchspielen, ohne irgendwelche Hilfen. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ähm, ja. Nein, nein, nein. Vielleicht nein. Ein bisschen nein. Das Areal ist nervig. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh Whoo holy shit Oh shit, geh hoch Holy shit Schöner lag mitnehmen, sehr schön Oh god Das, das war knapp, alles klar, Sofly Dann, schönen Abend, ihr noch? Schönen Restwochenende So Mal, dass wir überall jetzt gerade den richtigen Weg schwimmen Den richtigen Weg gehen Okay, sieht gut aus Sieht gut aus Ähm Scheiße, wie war das hier nochmal? Nein, halt da drüben Ja